Ganz am Schluss unserer Reise durch die verschiedenen Zusammenhangsmaße auf allen möglichen Skalenniveaus, die wir bisher kennengelernt haben, noch ein Wort zur Interpretation von Korrelationen. Eine vorhandene Korrelation zwischen zwei Variablen und sei sie noch so hoch, dürfen wir auf keinen Fall einfach so als Kausalität zwischen diesen beiden Variablen interpretieren. Ich nenne hier als Beispiel immer den Zusammenhang zwischen der Geburtenrate von Babys und der Sichtung von Störchen. Wenn man nämlich die Sichtung von Störchen korreliert mit der Geburtenrate, dann findet man tatsächlich eine positive Korrelation. Je mehr Störche, desto mehr Babys. Bringt der Storch also doch die Babys? Ja, natürlich nicht. Es ist nur so, dass wenn wir von der Hochzeit der Storchsichtungen neun Monate zurückgehen, dann landen wir so gerade am Ende des Sommers. Und offensichtlich neigen die Menschen dazu, so am Ende des Sommers, beim beginnenden Herbst, ein wenig näher zusammenzurücken. Es wird kälter und man fragt sich, was sollen wir jetzt noch machen, nach draußen gehen, macht keine Freude mehr. Jo, ne. Und neun Monate später gibt es dann viele Babys, aber zufällig auch eine ganze Menge von Störchen, denn wir befinden uns ja wieder im Sommer. Eine vorhandene Korrelation zeigt deshalb also zunächst nur eine Assoziation zwischen zwei Variablen an. Und eine solche Assoziation, die kann viele Ursachen haben. Es kann sein, dass wir tatsächlich Kausalität vorliegen haben. In dem Falle beeinflusst die Variable X tatsächlich die Variable Y. Je mehr Adrenalin wir einer Person spritzen, Variable X, desto höher sollte ihre Herzfrequenz sein, Variable Y. Wenn wir hier also eine Korrelation ausrechnen, dann sollten wir finden, dass mit höheren Adrenalinkonzentrationen im Blut auch eine höhere Herzrate einhergeht. Eine Korrelation kann aber auch den genau umgekehrten Kausalzusammenhang andeuten. Wenn wir unsere Adrenalinkonzentration mit Y bezeichnen und unsere Herzrate mit X, dann ist der Zusammenhang eben genau umgekehrt. Und schließlich gibt es auch diese Möglichkeit. Es könnte sein, dass X und Y überhaupt gar nicht zusammenhängen, sondern dass eine Korrelation, die wir zwischen diesen beiden Variablen finden, darauf zurückgeht, dass eine dritte Variable Z, die wir vielleicht gar nicht kennen, beide Variablen X und Y in gleicher Weise beeinflusst. Das wäre in unserem Storchbeispiel von gerade die Jahreszeit, die sowohl die Zeugungsbereitschaft der Menschen als auch das Aufkommen von Störchen beeinflusst. Wir merken uns also die goldene Regel der Korrelationsrechnung. Korrelation ist nicht Kausalität. Eine Korrelation zeigt zunächst mal ausschließlich eine Assoziation, also einen Zusammenhang zwischen zwei Variablen an. Wieso dieser Zusammenhang zustande kommt, das wissen wir nicht. Dürfen wir also nie von einer Korrelation auf Kausalität schließen? Na, unter bestimmten Bedingungen dürfen wir das doch. Die betrachteten Variablen müssen zunächst mal überhaupt eine Korrelation haben, das heißt, sie müssen kovariieren. Wenn die Korrelation 0 ist, dann liegt eine Kausalität zwischen beiden Variablen mit größter Wahrscheinlichkeit nicht vor. Probleme an dieser Aussage sind zunächst Standards. Denn die Frage, wann ist eine Korrelation ungleich 0, die ist sicherlich nicht absolut zu beantworten. In der empirischen Forschung, wenn wir einfach Daten an Personen erheben, dann werden wir es so gut wie nie erleben, dass eine Korrelation tatsächlich zahlenmäßig perfekt 0 ist. Ganz im Gegenteil, durch Zufallsschwankungen werden wir immer mal eine Korrelation beobachten. Wir haben das bei der Pearson-Produkt-Momentkorrelation sogar mal im Beispiel gesehen. Und dieses Beispiel war ja erschreckend, denn da wurden bei kleinen Stichprobengrößen, selbst bei vollständig zufälliger Ziehung der einzelnen Werte der Personen, durchaus mal Korrelationen von Punkt 7 oder so gemessen. Wann wir also sagen, eine Korrelation, die besteht tatsächlich, das heißt der Zahlenwert ungleich 0, der sagt uns wirklich was aus, das ist normativ. Das muss irgendjemand festlegen, genau wie Cohen das mit seinen Faustregeln gemacht hat. Zweitens muss die Ursache natürlich der Wirkung zeitlich vorausgehen. Wir müssen also sicherstellen, dass unsere Variable x, von der wir vermuten, dass sie eine Variable y kausal beeinflusst, tatsächlich auch zeitlich vor der Variable y stattgefunden hat. Wenn also unsere Herzrate rauf geht und wir danach erst die Adrenalinkonzentration im Blut erhöhen, dann hat diese Adrenalinkonzentration vermutlich kausal mit der Herzratenerhöhung zunächst mal gar nichts zu tun. In der empirischen Forschung belegen wir diese zeitliche Antizendenz mit einem ganz klassischen Forschungsdesign. Wir erheben nämlich die Variable y, die also kausal beeinflusst werden soll, zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, einmal im Prä- und einmal im Posttest. Dazwischen applizieren wir die Variable x, also unsere Adrenalinkonzentration. Und wenn sich dann unsere Herzrate zwischen Prä-Test und Posttest erhöht, wissen wir, dass tatsächlich die Variable x diese Erhöhung verursacht hat. Schließlich müssen wir, um Kausalität feststellen zu können, andere plausible Erklärungen ausschließen. Und hier kommt wieder unser Fall ins Spiel, wo die Variable z sowohl die Variable x als auch die Variable y beeinflusst. Hier kann es sein, dass wir glauben, die Variable x zu verändern und dann sagen wir, ja, sie hat tatsächlich kausal die Variable y beeinflusst. Aber in Wahrheit verändern wir die Variable z und sie beeinflusst die Veränderung in der Variablen y. Sowas ist in der Praxis gar nicht mal so selten. Wenn wir z.B. unserer Versuchsperson Adrenalin spritzen, dann verletzen wir sie ja. Wir geben ihr eine Spritze. Möglicherweise ist es gar nicht das zugeführte Adrenalin, das die Herzratenerhöhung verursacht, sondern der Schmerz. In diesem Falle hätten wir eine plausible alternative Erklärung für die Korrelation zwischen Adrenalin, Konzentration und Herzrate nicht berücksichtigt. Und schließlich sollte die gemessene Korrelation immer und überall auftreten. Wenn wir also Adrenalin geben und dadurch eine Herzratenerhöhung verursachen wollen, dann sollte das nicht nur bei uns im Labor gelten, sondern auch in einem Labor in den USA und auch auf der Bank eines Fußballstadions.